Warum immer so ein Aufwand? Wir kriegen das nicht hin mit so einem Aufwand, ganz ehrlich. Ich denke mal, das nimmt und gibt sich nicht viel. Das ist eigentlich egal. Die Optik ist aber schöner. Darum geht es ja auch ein bisschen. Darum geht es hier nicht in dem Format. Scheiß auf die Optik, mal ganz ehrlich. Es geht hier nicht um die Optik. Guck dir das Zimmer von Marcel und Nadja an und guck dir unser Zimmer an. Immer dieses Extravagante. Darum geht es hier nicht. Was kannst du privat machen, aber nicht hier? Mein Gott. Warum lernt man nicht daraus? Wir müssen die Türen noch ran machen. Wir müssen so viele Sachen machen. Wir müssen eigentlich das alles noch lackieren und so. Wir müssen dieses blöde Regal noch aufbauen. Was versteht man an einem Zeitmanagement nicht? Nicht witzig. Nicht witzig. Nein. Okay. Okay. Mhm. Also. Vielen Dank.